Adam! Du bist wieder schlafen! Aber ich bin jetzt nicht so. Und das ist die Sorge! Das ist die Sorge! Das ist die Sorge! Das ist die Sorge! Adam! Du willst wieder schlafen? Oh mein Herz. Hier, hier, hier. Warte. Mal nochmal. Mal nochmal. Mal nochmal. Mal nochmal. Okay. Geht da. Geht da. Das war doch ein Mio, oder? Das war doch ein Mio. Einhaltig an, ja. Mh, das schmeckt aber gut. Wieder auf das erste Mal. Hat es heute erstreckt. So sieht der erste Arm bei uns aus. Oh? Leider. Leider, sie beißt da voll rein. Liebe Grüße an die Freya. Salatsauce. Hallo. Mhm. Geschwisterliches Tag. Hallo. Sind meine Babys? Ja. Oh. Du bist nicht gekommen, denn du bist nicht gekommen. Du bist nicht gekommen. Ja. san né. Sie springt freundlich, ne. Mh mmh. Darf sie? Darf sie sein? Oh, sie leckt mich ab. Da ist sie, oder? 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 Äh, Frieda, bringt gerade aus dem Glas. Sehr cool. Das ist ja gerade mal irre süß, und da ist auf jeden Fall nur Wasser drin, ne? Hm. Frieda, ihr habt was zu trinken. Warum musst du denn aus dem Glas trinken? Das ist aber auch irre süß hier jetzt gerade. Ihr beide. Frieda, nein. Nein. Ja gut, kein Interesse mehr an das Handy.